Jo Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Troubled and Terrorist Town. Natürlich wieder mit den Leuten, die man kennt. Was? Dich kennt man? Zum einen, Atta. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Dann natürlich Chris Gold. Malzeit. Ich habe übrigens noch keine Waffe, das ist sehr toll. Weiter. Sponti. Moin. Lapo. Hallo. Ja, übrigens mit 10.000 Namen immer. Dann Nemeko. Hallo. Shira. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit. Und wenn ich kein vergessen habe und ich irgendwann mal gerne meine Waffe habe, ist trotzdem schon mal die Runde eröffnet. Hallo, Stevie Gaming. Stevie Gaming? Sag, wo ist Stevie? Das Gaming ist einfach nur, weil es mein Gaming-Channel ist, aber okay. Verstehe ich nicht. Wie viel Channels hast du denn? Zwei. Tapp. 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 Und werde ein wenig mal hier in den Himmel gucken. Ist denn der Himmel so? Liebes Tagebuch. Oh. Seit drei Monaten hänge ich hier auf dieser Gottverdammten Himmelfest. Das kriegst du ihr? Ich habe nur eine Sniper und dann habe ich gedacht, ich muss auch in eine coole Sniperposition. Tapp. Pff. Sehr interessant. Genau. Du kommentierst die Runde jetzt so, als würde es einen Tag ausschreiben. Genau. Eben, was denn explodiert? Was? Ja. Oh, Lapo und Nemeko. Also Ninchen genießen hier gerade schön die Aussicht in einem romantischen Ambiente. Oh. Und gleich hörst du nur noch diese Ninchen. Was? Kaninchen? Kaninchen? Ey Bunny! Kaninchen sind so die Mehrzahl von Ninchen, oder? In drei Wochen später, ich bin schwank. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, ich habe keine Schrotflinte. Das war ein Schrotflintenschluss. Oh, was? Ich habe mich deine Waffe nicht sehen. Mach mal deine Waffe aus, Lapo. Die Reihe ist hier? Okay. Oh, oh. Lapo, bitte nicht. Ich will doch nur mal gucken. Ich war hier oben. Heiler ist es. Achtung. Hi, Lapo. Ich komme dir entgegen. Der Heiler ist auch gleich da. Bleib mal gucken. Kann man die Dinger kaputt machen? Ja. Und jetzt springen. Lapo, ich bin untrohlich. Siehst du das? Lapo, ring! Sonst schieße ich. Dete, hilf mir. Er zwingt mich. Ich bin hier oben. Ich sehe gar nichts. Er will, dass ich springe. Ich gehe dann mal runter. Viel Spaß. Nein, das ist von dir alleine. Spottie! 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 Jesus, der hat mit einer Welle auf mich geschossen. Oh Gott, warst du jetzt? Oh Gott. Oh Gott, warst du jetzt? Oh Gott. Ups! Ups! Nein! Schießt du doch mich? Ah! Das Fenster ist auf. Tanzt! Das ist witzig, wie keiner mit dir ist. Ist das so chill? Scheibenkleister, ey. Danke. Der sah halt richtig geil aus. Ach, fand ich den gut jetzt gerade. Sind irgendwie alle jetzt nur ein Tor gestohlen? Ich hab keine Lust mehr aufschlägen. Ich hab Schiger regiert, dann musste ich einfach springen. Dachtest du so, das kann, das geht nicht mehr. Ja, da kam ich mit der Gesamtformation nicht mehr klar. Ich gönn ihr keinen Kinn. Meine Punkte kriegst du nicht! Schiranimo! 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 Ach herrlich, ich liebe dieses Spiel. Morgen liegt die Nachricht von Schiranimo. Du hast mir Punkte geklaut. Und da ist Schiranimo. Ich muss mich kümmern. Sie deabonniert mich. Alter, wieso hat ein Atta einen Punkt mehr als ich? Das gibt er gar nicht, ey. Das hat ja gar nichts getan. Der Lot aller Gottfarbe. Der war nur da. Ich bin der Lot aller Gottfarbe. Wie finde ich denn jetzt keine schöne Umfrage? Ah, die Schiranimo! Ah! Geh weg! Du hast einen Traitorpass. Ah, dann hatte ich mal die Schnappatmung. Du musst auch Luft holen! Schön die Luft ein- und ausblasen. Sollen wir mit dir atmen? Ich hab gehört, das hilft. Wer schießt denn hier so? Wer schießt denn hier so? Ich schießt oben die Scheiben kaputt im Turm. Was ist denn hier los? Alter, raus! Ihr wollt doch nur, wenn ich nach oben bin, dass ich wieder runterfalle. Ihr Schweine! Und es wird angekloppt, wenn Rainer rein will. Wenn Rainer rein will, wär's ein Rainer. Warte, hab ich noch was Schönes hier? Warte! Ich geh mal kurz im Shop. Du warst auch nicht nachfläsch, kann das sein? Es tut mir leid. Wie kann man hier runter? Ist doch schön. Da hat die einfach mal nachfläsch. Ist doch schön, wenn jemand lebensfroh ist. Was habt ihr miteinander? Ist das irgendwie... Soll ich euch kurz allein lassen? Ich geh jetzt einfach weg. Ist okay. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich muss weinen. Ich brauche einen Tag. Don't cry for me, Argentina. Hallo, Shira. Hallo, Alter. Springst du wieder? Nein, 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 nein. Shira, genau. Mit dir wollte ich dir noch ein Hütchen rupfen. Bleib mal stehen hier. Mach das weg, Steve. Das ist Verschmutzung am Arbeitsplatz, Steve. Wo ist die olle Gurke hin? Leck es auf. Leck es auf. Leck es auf. Sporty. Vorsicht, das ist Shira. Und das ist Divi. Divi ist es. Ich weiß es. Ja, ist es auch. Knall ihn ab. Du hast meinen Segen. Ne. Hä? Was solltest du sagen? Mann, die Shira zieht auf mich. Da schießt jemand. Wer hat denn jetzt schon wieder geschossen? Chris? Chris? Chris hat geschossen? Die Shira zieht auf mich. Ich bin gar nicht mehr bei dir. Ach, ne. Ich suche Shira, weil ich hab mir noch ein Hütchen rupfen. Hier fliegt überall Melonen. Hast du dich jetzt kaputt gedacht? Shira, hau ab. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Geh da, wo du wohnst. Du bist ja immer noch am Lachen. Let's laugh laut. Let's laugh laut. Tschüss, Nidchen. Huh, Shira. Wir haben eine Lange in der Hand. Gar nicht. Du verfolgst mich. Atta? Atta geht's raus. Sauber. Danke, dass du dir das gezeigt hast. Hast du gerade nicht? Hast du gerade eine Leiche gefunden oder was? Wieso? Wieso? Geh mir nicht. Und so. Ah! Ich geh jetzt im Knast, da bin ich sicher. Ich fahr hier runter. Meinst du? Er schaut sich die Wunderschöne an. Er schaut sich die Wunderschöne an. Pass mal auf, dass ich nicht gleich in Preparing Mode gehe und mal guck. Willst du da hin? Dann musst du dich mit Lapu anlegen. Das ist ein sehr exzellenter Schütze. Wieso ist er dein Betraitor? Okay. Jemand schießt hier. Fly, Robin, fly. Hier ist eine Melone. Wieso ist hier eine Melone? Also, ich möchte nur mal erwähnen, dass die Trader eventuell auch mal was tun sollten. Ja. Aber warum? Eventuell. Shira, jetzt nicht. Vielleicht wollen wir die Zwecke, dass die Enos einfach so gewinnen. Shira, ich sag dir nein. Mando. Du nicht. Ich nehm mich mit. Oh, zum Glück war ich weich genug weg. Nein, Chris, hast du... Oh, da war Traitor. Und er hat Lapu als seinen Schützen bezeichnet. Wo ist der Chris? Der muss doch auch noch hier irgendwo liegen. Äh, Ninchen? Ja? Nimm Defi. Warum rufst du ein Detektiv zum Traitor Atta? Äh, keine Ahnung. Ich hab unten links geklickt. Äh, wer schießt da? Achso, ich muss auch confirm. Der... Was? Fibi! Was ist? Wer schießt da? Weiß ich nicht. Ich hab's auch gehört. Keine Ahnung. Banschig. Shira, ich schwör's dir. Du hast noch nie so ne Ladung Bleich ins Gesicht gekriegt. Ah ah. Ah ah. Shira, I swear. Und Stevie, I swear you too. I swear you too? Yes. Denk ja immer noch, dass es Stevie ist. Ich glaub's auch. Ich denk immer noch, dass es Shira ist. Das ist doch wieder witzig, wie ihr meint, dass ich's bin, ne? Ja. Warte, soll ich mal meinen Traitor-Tester an Stevie ausprobieren? Mach mal. Stevie und Nienchen, glaub ich. Halt den Kopf still. Ich will nein, lass mich in Ruhe. Die werden durch alles durchlaufen. Atta, und warum läuft dir eine identifizierten Leiche beide vorbei? Aha, Nienchen. Die Nienchen. Die war's also, nicht? Und der letzte, der sie gesehen hat, war Shira. Ah ah. So, ich versteck mich mal hier. Vielleicht kommt der Steve ja gleich hinterher und möchte abgeknallt werden. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Wer ist denn jetzt alles noch im Leben? Äh. Lappo. Der, der Steve zieht auf mich. Ja, weil ich dich jetzt erst gefunden hab. Genau. Wenn ich gleich eine Leiche von Shira sehe, weiß ich Bescheid, sagst du, ja? Natürlich. Und du ziehst auf mich. Und ich hab einen leichten Finger. Ich hab einen leichten Finger, Steve. Du lebst gefährlich in meiner armen Wesenheit. Shira, für dich geht genau das Gleiche. Ich hätte dich jetzt schon hundertmal töten können. Du bist erst safe, wenn du tot bist. Wow. Super Begründung. Wow. Und der Lappo hält sich voll raus, weißt du? Der hängt irgendwo an seinen Turm, weißt du? Ja. Spielt mit den Melonen da oben. Ja. So, weißt du was, Crater? Du hast eh nicht mehr viel Zeit. Ich geh jetzt in den Untergrund. La la la. Alter, ich darf die Shira nur nicht aus den Augen lassen, ey. Ach komm schon, ich will schießen jetzt. Lappo, ich glaube, der Steve ist grad auf dem Weg zu dir. Der kommt hier nicht rein. Also nicht hoch. Ich hab die Melone kaputt gemacht. Ah, da hat jemand geschossen. Ach so, die Shira. Ey, euer Ernst? Stevie steht mit einem Metal-Launcher. Frau Nienchen, sie sagt dazu gar nichts. Schießt zweimal. Dann schießt Stevie dreimal mit der Sniper daneben. Weiß nicht, wer da stand. Sagt gar nichts. Sie wird abgeknallt. Huch. Dann dreht sie Steve um, schießt den nächsten. Hey, nicht euer Ernst, jeder andere wäre 50 Mal abgeknallt worden. Was ist das kaputt bei euch? Vor allen Dingen, der Steve, der rennt die ganze Zeit mit der AWP rum. Ich hab das gar nicht. Ich wollte die Waffe an und mach's nicht. Sie standen immer zu zweit, das ist ja auch mies. Ich erkenne die Awe gar nicht. Das Awe Maria kennst du nicht? Außerdem gucke ich nicht auf die Waffe, weil ich möchte den Traitor ins Gesicht zämlichen am Knall. Aber ich hab mich auch teils so schnell bewegt, dass das gar nicht so auffiel. Du hast so schnell, hast du dich nicht bewegt. Du hast gestanden und auch du schießt mal links am Ohr bei Nienchen vorbei, dann mal rechts am Ohr. Nein, als ich die Zeit mit AWP hatte. Aber die Melone-Launcher hätte ich erkannt. Ach so. Nienchen sagte nichts und sie sah ihn, das weiß ich. Nein! Was mir jetzt noch einfällt zur Pokémon-Map, weiß ich wer das in der Folge war, fällt mir grad noch so ein, Atta hat kein Defi gekauft. Natürlich, geht gar nicht. Du hast doch gesagt, voll kacket. Aber ich weiß halt nicht, wer sich geschnappt hat, das war halt das Problem. Ja, der ihn identifiziert hat wahrscheinlich. Müsste halt mal drauf achten. Wenn jemand sagt, er hat das Gesamtpaket gekauft, wie ich das gerade jetzt getan habe, und äh, ich sterbe dann, dann solltet ihr mal gucken, dass, äh, wer ihn interessiert hat. Wenn die Sachen weg sind, dann wisst ihr auf dem Korrupt. Ah, ah! Ihr wurd irgendwo? Wo, wo? Dann wisst ihr auf dem Korrupt, ah, der könnte das mitgenommen haben. Wo? Wo ist jemand gestorben? Ich weiß es nicht, aber... Such's dich zu! Stevie! Schön schnüppeln! Nah am Boden, Steve! Nah am Boden! Okay! Wähle mit deinem Schwänzchen, wenn du's gefunden hast! Holg mich hier raus! Hilfe! Hier werden alle bekloppt! Hilfe! 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 Wo? Ich seh nichts! Wenn wir nah dran sind, fangen wir zu hecheln! Wenn du, Haschuch! Haschuch! Eben oben geschossen! Achso, ich! Aha! Da oben ist Lapo! Ja! Aber habt ihr schon den Sniper-Schuss gehört? Ich muss nicht! Ja, wir können ja auch mal verwechseln! Ich komm mal zu dir, Leute! Was machst du da? Warum stehst du da? Warum stehst du da? Warum hast du da gestanden, Sponsi? Warum hast du da gestanden, Sponsi? Weil ja, unheimlich, ob Lapo oben auf dem Torb steht! Ja! Und dem du dann einfach mal so stehst und nichts machst! Aaaaaaah! Ja! Darum hab ich auch aus dem Fenster geguckt! Atta? Danach, als du runtergegangen bist, standest du noch mal... Oh, scheiße! Der Atta ist tot! Ey! Ich weiß gar nicht, wo ich runtergekommen bin! Ah, der liegt ja am Turm! Ja, der wollte zu mir, ja? Oh, Steve! Du bist gut! Du hast die Leiche gefunden! Wow! Melone! Ich hab nicht mal irgendeine Leiche gefunden! DT, ich hab die Leiche von Nienchen gefunden! Ist der jetzt schon wieder gestorben? Du weißt schon, dass der jetzt jetzt down ist oder so... Nö, hab ich nicht mitgekriegt! Hat nicht jemand sein Defi aufgenommen? Hast du sein... Wo ist er denn? Der hat doch Defi dabei! Am... Am Turm! Du weißt schon... Chris! Ja? Du bist sehr verdächtig grad! Warum? Wegen dieses Video! Sehr nice von Chris! Verdammt! Sehr, sehr nice! Well played, kann man dazu nur sagen! Bönerrunde! Hab aber auch nicht gerafft, dass du links unter der Treppe saßt! Haha! Ich so, oh fuck nicht! Geh drauf nicht doch! Scheiße, wo renne ich denn? Da ist nur die Ecke hier! Oh! Hoffentlich komplett nicht zu schnell! Ich hab ihn gesehen, aber ich kann ja nicht einfach aufm schießen! Und dann hat er natürlich die Schrottse in der Hand und macht mich Wonshot, ne? Jaaa... Ja, so ist das manchmal, ne? Wenn Chris erstmal loslegt und seine Route rauspackt... Ach, du weißt doch! Mal verliert mal, mal gewinnen die anderen! Best Transports! So, markier mal du als Joachim oder Smokernet! Oh nein! Oh, ich bin preparing, wer noch? Ah, ich bin auch preparing! Gelogen, du bist innocent! So, ich geh jetzt im Shop! Wer möchte mitkommen? Ich komm mit! Okay! Ich möchte bitte, wenn du schon im Shop ist, eine Tafel Schokolade und Eiskröten Bommelunder! Wenn Eis! Und ein Melon Squishy! Äh, Schoko! Okay! Bring dir mit! Wer hat Schlüsse gehört? Wer? Ist das wie der Regenbogen? Regenbogen! Die habe ich den Tod auch nicht gehört! Ja, ich auch nicht! Ich weiß nicht! Ich bin hier irgendwo in der Kanalisation verfahren! Nee, in der Katakombe! Der Anna hat dir einen fahren lassen! Da können wir leben! Und die explodieren! Und die explodieren! Ist da an jemand gestorben? Ja, Shira! Oh nein, arme Shira! Ich wollte mit dir noch so viel erleben in meinem Leben! Mit dir so viel Schönes sehen! Richtig! Und jetzt legst du einfach hin und stirbst! Was ist das? Ey, ey! Was explodiert da hinten? Gleich, äh, die Munition! Ich denke bei Christoph Leon! Bitte was? 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 Ich bin nur hoch, dann geh doch weg! Ich bin gar klein! Ich finde, ey! Ich schieß gleich die nächste, die ich sehe random ab! Ich hoffe nicht, dass Stevie sein wird! Alter, ich hasse diese Zunge! Du hast den Deadringer! Du benutzt ja noch nie! Oh nein, das ist Arta! Er ist rot! Schrotze! Nee, ich hab Leon, keine Sorge! Ja, Arta im Auge! Du hast ihn im Auge! Du hast ihn im Auge! Und es brennt! Piss! Pass auf, Arta! Hände dir Steve! Was? Wo? Ich bin jetzt also ganz ruhig! Das macht ja nix! Du Bödelkühe! Also auf jeden Fall schön... Wer es noch kennt, natürlich... Warte! Steve Mellenlander! Wer die Map kennt, oder wenn er das wiedererkennt, könnt ihr ja wissen, was es ist. Das sagt euch jetzt auf jeden Fall Chris Gold oder Shira, wenn sie aber tot sind. Merk muss einer bekannten... Survival Fantasy Action Gewinnspiel Serie... Sendung... Demeco, Ninchen, du triffst mich nicht! Ich bin ja gegen die Wand gelaufen! Ist die Ninchen Prater? Ja! Ninchen? Und Lapu... Steve lebst du noch? Steve? Ja! Lapo ist der Traitor! Noch lebe ich! Was? Ich hab dich mal zu leicht gerufen... Lapu war... Hat der Deathringer deswegen... Warte! Kannst du noch heilen? Warte! Ähm... Soll ich... Das Medikit nehmen? Du hast erledigt! Alter! Ich wollte aber irgendwie... Ich hab dir den Hut vom Kopf geschossen! Haha! Ich hab's gesehen! Endliches! Wieso kommt der Kadalin die Treppe hoch? Und nicht das Slamishin zu packen... Ich hab' den wieder... Mann, wir müssen... Ich kann den in den Nongens στην. Oh, diese miesen Mitspiele! Setsen wir auf! Wow! ja... So. Oh nein, warum starte ich denn im Turm? Was soll denn der Mist? Oh nein, ganz schlimm. Und dann noch mit der Farmers. Stevie? Glaubt, die letzte Runde, ne? Hier, fang. Nö, 10 Minuten haben wir ja noch, also 11 Minuten hast. Wenn's gut läuft, können wir sogar zwei Runden entkriegen. Wenn die Traitor auch endlich mal arbeiten würden. Ja, echt wahr. Du schießt auf welches Motivus hast und es geht nicht kaputt mit der Waffe. Scheiß AR. Nee. Danke, Stevie. Vielleicht hätte ich ihn anschreien müssen. Du musst ihn motivieren. Mit lauten Tönen, aber lieb gemeinten Ratschlägen. Ey. Vor allen Schläge. Vielleicht so. Atta. Was macht Atta schon? So, Atta war ein Traitor. Hatte einen Melon-Launcher. Alter, ich erschreck mich immer mit Lapp und Blaues. Du bist so ungewohnt, ne? Ja, das kennt man gar nicht. Nicht auf der Seite des Gesetzes. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gib mir, geh weg. Geh weg mit der Schrotze. Ey, ohne Scheiß. Ich schieße einfach das nächste Mal. Oh, das ist jetzt richtig Angst, ne? Ja. Todesangst. So, ich bin safe. Ich hab Atta ermordet. Ja. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ich glaube, das Diva hat gerade eine Träne, deswegen verdrückt er straight, ne? Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, das geht noch. So, ich hab mal eine bessere Waffe genommen, Stevie. Mich zurückhalten, hm? Stevie. Warte, warte, ich hau's schon ab, deswegen. Ja, besser ist das Ding. So, du siehst mich nicht mehr. Da wie er auf mich zieht, weißt du, und er denkt, ich merk das nicht. Wobei ich kurz mal eben in deine Richtung geschaut hab. Nein. Oh, hier kommen Melonen geflogen. Bumm. Stevie, schieß auf mich. Weise dafür, dass ich auf dich schieße. Bondi? Okay, Stevie. Was, ich? Ich hab nichts getan. Ja. Da ist Chris. Bondi hat dich gerufen. Ja, der hat's nur so gesagt. Ja, ja. Ja, klar. Äh, also. Sorry. Aber. Du bist für mich K.O. Ja, ich bin ganz arzt, ich glaub mir. Wir kommen Melonen geflogen. Ich tue keiner Fliege, was zur Leine. Warum tust du das? Er hat da ja auch immer. Im Endeffekt sind sie schwanger. Wer lebt denn noch alles? Ich. Ich. Nicht. Wo ist der Sponti? Sponti ist tot. Sponti, jetzt quatsch schon, du. Sponti? Er schläft doch einfach nur. Ich hab grad jemand schießen hören. Ich hab' den Schuss wechseln. Ey, lass mal die Melonen da oben, heule. Nein, ich bin das. Ich schieß nur auf. Okay. Lapo? Ja? Okay. Ich bin über die... Du wartet auf einmal so leise. Ich trau' mich gar nie raus. Ja, ich weiß, mir geht's genauso. Tut mir leid. Hier läuft noch Shira und Nienchen lang. Ja, stell dir mal vor, die zwei sind schon wieder Traitor. Ne, Arter und zwei. Und ich hab' Arter ermordet. Stimmt, du bist safe. Hab' ich schon wieder vergessen. Ja, siehste mal. Wie viele sind denn jetzt noch da? Wo ist der Sponti? Der ist nicht von Schrauben. Rist du zielst so, ich hab' Angst. Stief? Wenn, ich hätte ihn auch nicht weggeholt. Stievi. Stievi. Ach, schon wieder. Stievi. 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 Stievi, Stievi. Stievi, 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 Stievi. Stievi, 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 Stievi. Mal da schon mal mit Melonen heile. Jetzt sind nur noch drei da. Eins, zwei und drei. Bis zum Glück. Das ist gar nicht mehr. Da wird geschossen. Nein! Ah, nein! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Juhu, ich bin auch, ja. Ich hab' nur auf Melonen geschossen. Stievi, abmodi! Ja, ich weiß. Ah, ihr seid trotzdem ganz cool. Häh, ihr seid trotzdem ganz klar. Schaut in die Videobeschreibung von den jeweiligen Leuten. Mal schauen, ob ihr die andere Richtung schauen könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin und tschau. Tschüss.